Musik Ja, also ich bin Jutta Reis und ich habe mich der Kunst verschrieben. Ich bin Bildhauer, Maler und ich arbeite mit allen Materialien. Wenn ich zum Arbeiten in mein Atelier gehe, dann kann ich das zu jeder Tageszeit ohne irgendwen zu belästigen, weil die Alleinlage das eben hergibt. Und die Lahnhöhen, die bieten mir alle Möglichkeiten der Entfaltung. Ich habe die totale Freiheit und die Natur ist mir nah.